Guten Morgen aus Eisenach. Es ist kurz nach 10 Uhr am 1. Mai. Ich bin gerade mit dem Zug aus Leipzig angekommen. Ich möchte heute die Thüringer Städtekette abfahren. Die startet hier in Eisenach, führt heute über Gotha bis nach Erfurt. Das ist mein heutiges Ziel. Und insgesamt führt sie noch weiter nach Osten bis nach Altenburg. Das ist fast schon wieder Sachsen. Und von dort komme ich dann auch sehr, sehr gut wieder nach Leipzig. Es ist quasi nur ein Katzensprung. Ich fahre jetzt erstmal zum Marktplatz hier in Eisenach. Dort ist der Stadt der Tour. Und ich denke, dort hören wir uns gleich nochmal. Also bis gleich. Das ging fix. Ich bin am Marktplatz angekommen. Hinter mir seht ihr die Georgenkirche. Und die ist wohl tatsächlich Startpunkt des Radwegs Thüringer Städtekette. Da vorn, wo das eine Polizeiauto steht. Heute sind DGB-Kundgebungen zum 1. Mai. Deswegen begleiten die die wohl her. Ja, DGB ist da. Jedenfalls, was ich sagen wollte, da vorne ist das erste Straßenschild, was in Richtung Gotha weist. Also von daher gehe ich davon aus, dass hier der Start ist. Ich werde mich jetzt hier auch nicht allzu lange aufhalten. Denn eigentlich ist hier Maskenpflicht. Und naja, bei der Polizeidichte sollte ich vielleicht wirklich die Maske jetzt gleich wieder anziehen. Übrigens, die Thüringer Städtekette verläuft parallel zum D4, also zur Mittellandroute. Für mich heißt das bis nach Jena bekanntes Terrain. Es kommt mir auch wirklich alles bekannt vor. Ich habe damals auf dem D4, das war vor zwei Jahren, glaube ich, hier am Marktplatz Mittag gegessen. Beim brütender Hitze im Juli. Bis Jena, wie gesagt, Wiederholung. Und danach, klasse, zwei Fliegen mit einer Klappe. Denn ich wollte den Rest des D4, also von Jena bis nach Zittau dürfte das sein, eigentlich noch abfahren. Und jetzt mache ich halt das Stück bis nach Altenburg. So, genug des Vorwortes. Ich starte jetzt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. geplant ja zufall das dort vorn die oettinger brauerei ist es hier knapp vor gotha das liegt da hinten also es könnte auch jetzt schon hier die stadtgrenze sein ehrlich gesagt wusste ich nicht dass die brauerei hier in gotha ist ich kenne zwar die marke aber wo die brauerei sich befindet keinen blassen schimmer gotha ist dann übrigens die zweite stadt auf der städte kette nach eisenach kurz aus schwenk zu aral noch ein bisschen wasser holen ja das war's schon wieder mit gotha rechter hand jetzt hier noch die letzten ausläufe des tierparks die route nimmt gotha nur in so einer art südlichen tangente mit das heißt wenn man was von der stadt sehen wölte müsste man abweichen links von mir die autobahn a4 und ich weiß nicht ob ihr diesen braunen touristischen hinweisgeber seht dieses schild da steht drei gleichen drauf links im bild hinter der autobahn seht ihr eine der drei gleichen das dürfte nur eine ruine sein und rechts an dem funkturm vorbeigeschaut ist die zweite der drei gleichen und am horizont ich weiß nicht ob ihr das erkennt auf dem berg dahinter quasi da ist die dritte der drei gleichen und die ganz hinten das weiß ich da war ich schon mal die ist erhalten bzw wieder aufgebaut und ich glaube da gibt es eine gaststätte und ein hotel ich hatte mich schon gewundert wann wir dran vorbeikommen rechts seht ihr den campingplatz drei gleichen hier habe ich gezeltet auf meiner tour entlang der mittellandroute hier ist die zeltwiese jetzt recht ihr seht das wahrscheinlich durch den zaun nicht ich habe ziemlich allein und das gute war es gibt dort eine eine sitzbank so eine überdachte sitzbank und da ist tatsächlich der steckdose drin das heißt da konnte ich während ich mir essen gekocht habe meine elektrischen geräte laden und das war richtig gut also dieser campingplatz ist echt zu empfehlen liegt ja an der route d4 und natürlich auch in der thüringer städte kette wer diese städte kette nicht ganz so grob fahren will wie ich also ich mache nur drei tage werden ein paar kürzere etappen macht das sind jetzt hier 50 kilometer bis hierher also das ist wirklich eine sehr angenehme distanz vor allem wenn man sich in eisenach und gothar gegebenenfalls noch anschauen will die route führt hier genau durch das tal zwischen den drei gleichen ihr müsstet hinter mir da wahrscheinlich eine der drei gleichen sehen ja wahrscheinlich schon zu weit entfernt dort hinten die zweite und wiederum auf der anderen seite der autobahn die dritte ja und hier bietet sich ja förmlich an ich hole mal die drohne raus das ist schon ein paar das ist einfach doos da 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 Bis zum nächsten Mal. Die Kleingartenanlage im Südwesten Erfurt erinnere ich mich gut. Vielleicht habe ich gerade das Schild gesehen. Hier gibt es ein Lokal, was nur zwei Ecken in dieser Kleingartenanlage drin ist. Und ja, ich glaube, ich sage es jetzt zum dritten Mal. Das war so brütend heiß damals auf dem D4. Da bin ich hin und habe erst mal zwei Gläser eisgekühlte Cola getrunken. Erfurt ist erreicht. Die dritte der Kettenstätte. Ich habe jetzt noch anderthalb Kilometer bis zu meinem heutigen Schlafplatz. Und es tröpfelt tatsächlich ein wenig. Schon eine ganze Weile. Aber wirklich nur minimal winzige Tröpfchen. Aber die Wettervorhersage sagt für heute Nacht tatsächlich hier Regen an in Erfurt. Bis morgen früh. Bis um 8, um 9 rum. Wenn es in der Nacht regnet, ist mir das ziemlich egal. Ich hoffe natürlich, dass es dann morgen so 8, spätestens 9 fertig ist. Damit ich dann im Trocknen starten kann. Schönen guten Abend. Gleich vorweg, wenn das Bild jetzt unscharf wird, wenn die Kamera beschlägt. Das liegt an der Feuchtigkeit. Es hat schon vor ungefähr zwei Stunden angefangen, leicht zu regnen. Und zwischendrin war wieder ein bisschen heftiger. Sodass halt jetzt die Luftfeuchtigkeit relativ hoch ist. Auch hier drin lässt sich letztlich nicht vermeiden. Wie ihr seht, sitze ich im Zelt. Ich bin an meinem Schlafplatz angekommen. Ich habe mir auch schon was zum Abendbrot gekocht. Ein paar Nudeln sind es geworden. Was einfaches, schnelles. Das habe ich jetzt nicht gefilmt. Denn ich möchte hier nicht besonders viel Aufmerksamkeit erregen. Es sind tatsächlich jetzt auch noch ein paar Leute hier unterwegs. Hier gibt es wirklich ein Netz von Wanderwegen. Von daher habe ich es lieber so klein gelassen, wie es denn irgendwie geht. 74,8 Kilometer sind es heute geworden. Für mich ganz in Ordnung. Bin ich zufrieden mit für den ersten Tag. Wieder nach einer längeren Pause, was das Fahrradfahren angeht. Morgen und übermorgen stehen planmäßig jeweils 78 Kilometer an. Allerdings werde ich mal sehen, wie das morgen einerseits läuft und wie morgen dann das Etappenziel aussieht. Denn Etappenziel ist in einem Tal, wo es links und rechts eben bergauf geht, sodass dort nicht besonders viel ebene Fläche sein dürfte. Problematisch daran ist, dass ein Wanderweg, ein Radweg direkt dort lang geht und halt daneben links und rechts nicht besonders viel Platz ist, um da eben mein Zelt aufzuschlagen. Ich werde es mir mal anschauen, was ich mir rausgesucht habe bei Google Maps. Wenn das aber nicht passen sollte, dann fahre ich wahrscheinlich einfach noch ein paar Kilometer weiter. Das positive Nebeneffekt ist auch, dass dann übermorgen weniger anstehen und ich dann eben eher die Heimreise antreten kann. Das, was hier im Hintergrund übrigens die ganze Zeit piepst, ist mein Fahrradcomputer. Der hat es dann jetzt endlich geschafft, sich mit dem Handy zu synchronisieren und meinen Track von heute hochzuladen. Die heutige Nacht ist übrigens auch Generalprobe für meinen neuen Schlafsack. Das ist ein Sea-to-Summit Trailhead 2. Den habe ich mir gekauft, um mein Gepäck volumenmäßig zu optimieren. Denn der alte, den ihr vielleicht in der Finnland-Videoreihe gesehen habt, das war tatsächlich, ich glaube, der hat 15 Dollar gekostet bei Walmart. In Amerika haben wir uns den mal geholt, als wir da eine Autorundtour gemacht haben. Ja, entsprechend war das halt, der hat gut warm gehalten auf jeden Fall. Allerdings war der eben nicht besonders fortschrittlich, was die Technologie angeht und was Dämmstoff angeht und hat halt ein entsprechendes Volumen. Auch die erste Nacht wird es für ein Exped-Aufblaskissen sein, das ich mir gekauft habe. Ich habe das natürlich zu Hause schon mal rausprobiert. Natürlich nicht ein paar Stunden drauf geschlafen. Das wird sich zeigen, wie gut das läuft. Aber ich bin da eigentlich optimistisch. Zu Hause fühlte es sich gut an. Von mir soll es das für heute gewesen sein. Ich werde jetzt mal die neuen Schlaf-Accessoires ausprobieren. Und ja, vielleicht berichte ich euch morgen dann einfach. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Wir sehen uns dann morgen. Guten Morgen. Es ist jetzt etwa 8.30 Uhr. Bis vor 10 Minuten hat es noch wirklich geregnet. Jetzt tröpfelt es nur noch ein bisschen. Ich habe auch schon währenddessen angefangen, hier zusammenzupacken. Die Nacht über hat es, wie vorher gesagt, komplett durchgeregnet und es war echt laut. Ja, die Nacht war jetzt auch nicht so erholsam. Also, ich sage mal, durchgehender Schlaf. Zu aller zwei Stunden bin ich bestimmt wach geworden. Das Kissen übrigens, das ist noch ausbaufähig. Also, da fehlt mir noch irgendwas. Da muss ich mal schauen, wie ich das noch verbessern kann. Ich packe jetzt hier zu Ende. Und dann werde ich wahrscheinlich zum Erfurter Hauptbahnhof fahren. Dort kommt man eh vorbei auf der Route. Und mir dort was zum Frühstück kaufen. Also, bis später. So, Frühstück besorgen hat etwas länger gedauert. Denn hier im Erfurter Hauptbahnhof stehen quasi überall, wo es was einzukaufen gibt, Schlangen. So auch beim Backwerk. Ich werde jetzt erstmal aus der Innenstadt rausfahren, denn hier besteht Maskenpflicht in der gesamten Innenstadt. Und, ja, suchen wir irgendwo eine Bank oder was und dann werde ich frühstücken. So, ich denke, ich bin jetzt hier am Stadtrand von Erfurt. Mit dem Autorim-Karazi. Hier ist auch schon sehr, wie ihr seht, ländlich. Also, ich frühstücke jetzt erstmal zu Ende. Da muss ich aber schauen, dass ich weiterkomme. Denn es ist durch die Warterei im Erfurter Hauptbahnhof sehr spät geworden. Hinzu kam, es ist wie verhext. In Erfurt, im Zentrum, hat das Garmin-Navi wieder rumgesponnen. Das hat es ab und an mal, dass dann einfach der Bildschirm aus ist. Und man hört zwar, also ich habe die Töne an, man hört zwar, dass es ja Navigationsanweisungen gibt. Aber wo es lang geht, weiß man halt nicht. Dann habe ich erstmal noch Komoot angeworfen auf dem Handy. Und fühlte mich erinnert an die D4-Route. Denn auch in Erfurt, das war natürlich wieder Bullenheiß, gerade in der Stadt, versagte Komoot komplett. Der gab mir Anweisungen, auch auf dem Bildschirm war es völlig sinnlos. Und der wusste nicht, wo ich bin. Also, keine Ahnung, konnte vielleicht die Position nicht genau festmachen. Ja, naja, also auch da habe ich jetzt bestimmt noch 10 Minuten verloren. Aber es ist nicht so tragisch. Es dürfte jetzt so gegen 11 sein. Ich halte mich dann einfach ran und fahre ein bisschen schneller als gewöhnlich. So, da ist meine Strecke wieder. Ich musste mich jetzt gerade durch ein Dorf durchschlängeln, weil jetzt von hier links quasi alles aufgerissen war. Aber jetzt bin ich wieder back on track. So, da ist meine Strecke wieder. 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 Denn es hat wieder erwarten angefangen mit Regnen. Zwar nicht stark, aber kontinuierlich. Man könnte eigentlich weiterfahren, aber ich kriege ein kleines Hüngerschen. Das heißt, ich mache jetzt Mittag. Es ist jetzt so um zwei rum. Und das Regenradar zeigt, dass dieses Schauergebiet von dem doch recht starken Westwind, Rückenwind übrigens, innerhalb der nächsten halben, dreiviertel Stunde hier weggetrieben sein wird. Womit ich dann trocken weiterfahren dürfte. Ich mache jetzt hier gemächtlich Mittagspause. Ich habe so um die 40 Kilometer schon geschafft heute. Und während ich mein Mittag genieße, kann dieses Regengebiet von dannen ziehen und mich dann für den Rest der Tour in Frieden lassen. Und während ich meine Strecke wieder. Und während ich meine Strecke wieder. Und das dürfte das sein. Je nahe es da reicht. Und was war das für eine geile Abfahrt. Die Wohnblöcke von Jena Lobeda in voller Pracht. Für mich sind die Dinger, ohne böse sein zu wollen, das Symbol für Jena. Wie ich schon mal erwähnte, bin ich viele Jahre über die A4 gependelt. Und da sieht man von Jena genau das. Diese Wohnblöcke. Also wie gesagt, nicht böse gemeint. Aber als jemand, der Jena wirklich nur vom Vorbeifahren kennt, ist das eben ein prägender Anblick. Und da ist es das, das wir uns vorbeifahren. Und da ist es eine große Anblick. Und da ist es nicht mehr so. Also wie gesagt, nicht mehr so. Und da ist es nicht mehr so. Und da ist es nicht mehr so. Und da ist es nicht mehr so. Bis zum nächsten Mal. So, ich bin angekommen und zwar am Bahnhof Papiermühle. Ich glaube, ich hatte das am Anfang schon erwähnt, dass dieser Bahnhof hier für mich die Alternativlösung sein würde, wenn ich keinen Zeltplatz finde. Tatsächlich habe ich keinen gefunden. Es hätte zwar jede Menge Ebeneflächen gegeben entlang des Flüstens hier, aber das ist ein Landschaftsschutzgebiet und ich persönlich möchte das eigentlich vermeiden, in einem Landschaftsschutzgebiet zu zelten. Wenn ich das schon weiß, dann muss ich nicht auf Zwang wild campen. Ich bin also jetzt hier an dem Bahnhof und der Zug kommt auch in wenigen Minuten. Der bringt mich in etwas mehr als eine Stunde zurück nach Leipzig-Knauthain. Das ist wirklich gut, weil ab Gera gibt es quasi eine Direktverbindung nach Leipzig-Knauthain. Ja, und morgen komme ich dann einfach hierher zurück und fahre den Rest der Tour bis nach Altenburg. Jetzt das letzte Stück durch diesen Zeitsgrund war wirklich anstrengend für mich. Das ist Waldweg, durchnässt, schlammig und da kommt man wirklich schlecht voran. War kräftezehrend. Es waren auch noch einige ordentliche Höhenmeter dabei, sodass ich eigentlich ganz glücklich bin, dass der Tag jetzt endet. Also viel mehr hätte ich dann auch nicht geschafft. Also ich bin wirklich Knülle, auf gut Deutsch gesagt. So, das soll es für heute gewesen sein. Der Zug fährt jetzt jeden Moment ein. Ich werde im Zug auch erstmal was essen. Ich habe ziemlich einen Knast. Und wir sehen uns dann morgen auf der Strecke wieder. Bis dann, gute Nacht euch ein. Guten Morgen aus Papiermühle bei Stadtroda. Ich bin wieder da, wo ich gestern aufgehört habe, nämlich hier am Bahnhof Papiermühle. Es ist etwa 10 Uhr. Und wie ich gestern schon gesagt hatte, ich mache heute einfach den Rest. Bis nach Altenburg, knapp unter 80 Kilometer. Gepäck habe ich alles noch dabei, wie ihr seht. Außer Zelt und Footprint, denn das beides war nass. Das habe ich zu Hause gelassen und das hängt jetzt schon draußen zum Trocknen. Dem wollte ich einfach nicht diesen Tag Nässe noch geben. Aber gewichtsmäßig dürfte das kaum einen Unterschied machen. Warum habe ich das Gepäck noch dabei? Ich verspreche mir davon einen Trainingseffekt. Wenn ich dann wieder auf einer größeren Tour unterwegs bin, kann ich ja auch nicht einfach Teile des Gepäcks irgendwo lassen. Von daher, so viel Ehrlichkeit muss sein, dass ist jetzt alles dabei. So, genug des Vorwortes. Ich starte jetzt auf die letzten nicht mal mehr 80 Kilometer bis nach Altenburg. Bis zum nächsten Mal. Meine Güte, das ist Idylle pur hier. Sonnig. Es ist kaum einer unterwegs. Gut, wen wundert es. Heute ist Montag. Hier dieser Bach, der hier durchfließt. Es könnte noch ein Mühlwärmer sein, aber das ignoriere ich jetzt einfach mal. Das hier ist das sogenannte Mühltal. Also wer wandern gehen will, oder Radwandern, das hier ist echt klasse. Der Radweg führt hier direkt an der Köstritzer Brauerei vorbei. Riecht hier auch gut nach Maische. Oh ja. Mühltal. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. So, etwa fünf Kilometer vor Altenburg geht es noch mal schön lang gestreckt nach oben. Ich schätze, um hier die Kraftfahrtstraße, die B93, zu überqueren. Gut anstrengend, aber gleich geschafft. So, das hätten wir geschafft. Gut anstrengend. Ich bin angekommen. Dann, hier endet die Thüringer Städtekette, Altenburg Hauptbahnhof. Von hier fahre ich mit der S-Bahn 25 Minuten bis nach Hause, beziehungsweise bis nach Markleberg und dann noch ein Stückchen mit dem Fahrrad. Also eigentlich perfekt. Und das Timing könnte auch nicht besser sein, denn es regnet jetzt. Also es tröpfelt und es sind tatsächlich ein paar größere Wolken jetzt am Himmel. Deswegen packe ich jetzt mal zusammen und gehe zum Zug. Ich bin in Markleberg bei Leipzig angekommen. Endstation, was die Bahn angeht. Von hier aus noch sechs, vielleicht sieben Kilometer nach Hause. Ganz entspannt am Seen lang. Vorhin in Altenburg war es ein wenig stressig. Da hatte ich nur wenig Zeit bis zur S-Bahn. Und deswegen melde ich mich jetzt hier nochmal. So viel Zeit muss sein, denn ich wollte mich von euch verabschieden. Und vielen Dank sagen, dass ihr wieder zugeschaut habt. Abonniert gerne den Kanal, denn ich habe in den nächsten Wochen einiges vor. Wie ich ja schon erwähnt hatte, möchte ich mit einem guten Kumpel nach Schottland fahren. Mitte Juni. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Vielleicht funktioniert es ja dann doch, wenn wir geimpft sind oder mit einem negativen Corona-Test, dass man nach Schottland einreisen darf. Um halbwegs fit für Schottland zu sein, werde ich noch die ein oder andere kleine Tour jetzt im Mai und im Juni fahren, um gerade diese Höhenmeter zu probieren, Konditionen aufzubauen. Sollte es mit Schottland nicht klappen, tatsächlich wegen Einreiseproblemen, haben wir uns schon eine Alternative herausgesucht. Und zwar den Radweg entlang der ehemals deutsch-deutschen Grenze. Das ist ja ein Teil des Iron Curtain Trails. Und bietet tatsächlich, also ist natürlich nicht vergleichbar mit Schottland, aber bietet doch einige Höhenmeter auf die Gesamtlänge. Ich glaube, 1100 Kilometer ungefähr sind es von Lübeck bis ins Dreiländereck nahe Hof. Ich bin den zwar schon mal gefahren, den ersten Teil bis Höhe Wolfsburg mit meiner Gruppe, den anderen Teil dann allein. Allerdings möchte ich ja am Ende, ganz am Ende, in ein, zwei Jahren, eine komplette Videodokumentation des Iron Curtain Trails vorweisen können. Und da gehört natürlich auch dieser Radweg dazu. Den werden wir also machen, wenn Schottland nicht klappen sollte. Und von daher, üben muss ich so oder so. Und das werde ich jetzt die nächsten Wochen versuchen einzutakten. Ich muss natürlich bis dahin arbeiten, denn quasi den gesamten Sommer habe ich dann Urlaub, um die verschiedensten Radtouren zu fahren. Also es wäre echt schön, wenn ihr mich da begleiten würdet. Abonniert gerne den Kanal, lasst mir ein Like da für dieses Video, wenn es denn euch gefallen hat. Lasst mir auch Kommentare da, Kritik, was ich gegebenenfalls besser machen kann. Und dann würde ich sagen, genug gelabert für heute. Und ich fahre jetzt noch in die untergehende Sonne. Ganz so schlimm ist es noch nicht. Ich fahre jetzt nach Hause, ganz entspannt, um den Korsputener See. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut, allzeit gute Fahrt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.